Und den Pass abgefahren. Ja, da hätte was draus werden können. Guter Pass. Achtung jetzt. Und Tor, den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Vom Pfosten ins Tor und damit ist dieser Ball unhaltbar. Ja, da kommt der Keeper natürlich nicht mehr ran. Das ist Maßarbeit. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Da ist der Coach von Real und dieser Spielstand gefällt ihm natürlich. Klar, genau so hatte er sich das vorgestellt. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sinn hätte.